Ähm, so, wo müssen wir jetzt hin? Besuch im Zirkus, ach, die Geschichte. Oh. Da müssen wir jetzt rüber irgendwo. Das sind ja schon komische Wesen hier. Also die sehen ja aus wie, ja genau, Steinkopf und sowas. Wie im Maguma-Dschungel, ne? So, jetzt müssen wir eben sehen. Mit der Karte. Infernalisches Cup. Oh, hört sich geil an. Ach, da ganz hinten hin? Boah. Aber wir packen uns mal eben zur Wegmarke. Oh, das hat mir getan. Ich brenne! Zeit, echten Schaden anzurichten. Okay. Mal sehen, ob's jetzt geht. Wegmarke. So, und dann müssen wir jetzt auf die andere Seite. Okay, Versterbung beanspruchen. Oh, das ist noch nicht schlecht. Noch einmal. Wie, wir sind doch mal nett hier. Vielen Dank. Guck mal, hier ist ne, so ein Leyla-Linien-Ding. Das fliegt einen da direkt rüber. Oh. Ist das ein Dorf? So weit hier draußen? Ein Zirkus. Auf den Feuerinseln. Das muss ich mir näher ansehen. Geil. Er hier, da war auch nicht viel an, du. Dem ist wohl zu warm hier, dem Guten. Hey, ihr wollt einen Zaubertrick sehen? Na, bei dir, äh, vielleicht nicht unbedingt. Ja, Alter, Gott. Ich habe ihn einstudiert für die Zeit, wenn unser Vögel mehr Besucher hat. Klar, na dann mal zu. Also, damit der Zaubertrick funktioniert, brauche ich 50 Kupfer. Ich brauche jemanden Freiwilliges aus dem Publikum. Ja, klar. Gerne. Kannst kaum erwarten. Gut. Jetzt steht die magische Worte. Zip, zapp, buka, bap, puff. Weg sind eure 50 Kupfer. Also, was meint ihr? Ja, klar. Dann wollen wir hier, dann wollen wir doch mal applaudieren hier. Ähm. Ja, genau. Ähm. Das hätte ich kommen sehen sollen. Ihr seid ein Miststück. Ich hoffe, eure Vorstellung geht in die Hose. Da hat er sowieso nicht viel an. Die Vorstellung muss weitergehen. Oh. Okay. Warte mal. Wo müssen wir jetzt hin? Hier hinten. Da muss auch irgendwo eine Wegmacke sein. Erst mal die Wegmacke kriegen. Okay. So. Jetzt müssen wir hier irgendwo jemanden finden. Sie hier. Oh, Schei. Schicke Dame hier. Zirkusdirektorin, Evie. Äh, Kundschaft. Echte Kundschaft. Moment mal, ich bin gar nicht vorbereitet. Ähm. Willkommen beim ersten und einzigen Zirkus der Glutbucht. Hier werdet ihr Zeugen der größten Wunder, die Tyria zu bieten hat. Wollt ihr eine Eintrittskarte? Keine Zeit im Moment. Ich suche nach einem uralten Gerät, hergestellt von Zwergen. Es soll hier in der Nähe eins geben. Kennt ihr es? Auf der Suche nach altem Zeug, ja? Ich habe da ein Stück, das euch interessieren könnte. Weiß nicht, ob's von Zwergen stammt, aber alt ist es jedenfalls. Ich könnte mich breitschlagen lassen, euch kostenlosen Eintritt zu gewähren, wenn ihr mir bei der Arbeit helft. Ansonsten kommt ihr nur mit Karte rein. Hier ist meine Karte. Wenn ihr mich nicht zu der Maschine lasst, fliegen die Feuerinseln in die Luft mitsamt eurem Zirkus. Oh. Naja, ich schätze, das Protokoll können wir heute mal außen vor lassen. Geht nur rein. Seht euch eines der größten Mysterien der Glutbucht an. Bild ist da, Ton ist auch da. Ähm. Der gute Friedrich. Und Remi haben jetzt ungefähr, ich würde mal sagen, anderthalb Stunden in der Glutbucht verbracht und ein paar Beherrschungspunkte bekommen, um festzustellen, dass man in dem Häuschen sich ein Portal befand, wo man sich hier einfach hätten hinporten lassen können. Wunderbar. Ähm. Fehlen nur noch zwei Maschinen. Fehlen nur noch zwei Maschinen. Nächster Punkt auf der Liste. Nächster Punkt auf der Liste. Der Krater. Oh, wow. Jetzt habe ich sogar Beherrschung der Lohnenden Flammen abgeschlossen und noch irgendwas anderes. Wunderbar. Das sieht aber auch ganz hübsch aus hier. Muss ich sagen. Ähm. Äh. Wunderbar. So, was brauchen wir jetzt? Findet die nächste Maschine. Erkundet das Kratergebiet. Und das haben wir ja nun eigentlich schon. Wir haben die nächste Maschine ja schon gefunden. Ähm. Ähm. Tatsächlich. Gehen wir mal zum verbrochenen und zum verbrochenen Krater rüber. Ähm. Und, ähm. Wie war das jetzt? Ähm. Ich habe mich da zur Wegmache geportet. Ähm. Und dann sollen wir den Krater erforschen. Gucken, ob man da einfach mal ein bisschen rumlaufen kann. Wie war das jetzt? Da waren wir ja schon gewesen, äh, Friedrich. Ähm. Das war das dritte, sozusagen, was du mir gezeigt hattest. Ah, okay. Achso, genau. Sprecht jetzt mit, äh, mit dem Quick. Quick hier unten. Quick müsste auch hier. Assistent Knopp. Assistent Forscher. Aha. Wo ist der Quick? Quick war der da oben, zu dem wir hingelaufen sind. Oh, was ist der? Äh, warte mal. Vielleicht kommen wir ja sogar. Ach, da drüben ist der. Mhm. Mhm. Was? Wir müssen ja einfach mal aufhören. Da ist er. Genau. Bist du auch da, Friedrich? Gleich, ja. Sprechen. Exzellent! Da kommt eine Hilfskraft. Ich darf nicht vergessen, Tiny zu danken, wenn wir hier fort sind. Und nun an die Arbeit. Wofür haltet ihr diesen Apparat? Das ist ein uraltes Gerät der Zwerge. Eins von vier. Und wenn wir es nicht reparieren und zum Laufen bringen, fliegt diese Insel in die Luft. Nun, ihr seid überraschend gut informiert für eine Hilfskraft. Also dann, los geht's. Diese Maschine wurde von einer vulkanischen Bombe zertrümmert, die der Krater ausgespuckt hat. Die Teile sind überall verteilt. Ich kann das Ding reparieren, wenn ich die fehlenden Teile bekomme. Und es zum Laufen bringen, indem ich latente magische Energie aus dem Krater ernte. Falls ihr wolltet und könntet, ich wüsste es sehr zu schätzen, wenn ihr beim Sammeln von Teilen helfen und mir die wilden Tiere hier vom Leib halten würdet. Ist gut. Ich kümmere mich drum. Hälfte quick. Okay, Maschinenteile sammeln. Ähm, müssen wir erstmal hier rüber. Ähm, da ist jetzt ein grüner Kreis angezeigt. Am Krater, okay. Müssen wir in den Krater rein, oder what? Mhm. Ach, da ist ein Maschinenteil. Okay, interagieren. Wunderbar. Was, schon aufgeben? Ähm, ich triebe jetzt nicht. Das brauchen wir jetzt nicht. Ein Maschinenteil, da ist noch ein Maschinenteil. Okay, zwei von fünf. Irgendein Artefakt, das können wir auch noch gleich mitsammeln. Ähm, da hinten ist noch ein Maschinenteil. Oh, hier war doch noch eins irgendwo. Und da war noch irgendwo ein Maschinenteil hier. Mal sehen. Komisch. Hm. Da hinten ist noch eins. Komm mal nicht raus. Scheiße. Da ist noch ein Maschinenteil. Und noch eins. Dann hätten wir schon mal vier. Hier. Hier ist noch eins. Okay, und jetzt, äh, wo ist das fünfte? Spürt die Wut! Stehe. Noch. Gerade so. Mal wieder am Anfang. Wo ist jetzt das letzte? Zwergen-Artefakte sehe ich. Da ist noch Maschinenteil. Da drüben. Okay. Oh Gott, hier ist noch ein Quick zurück. Ah, das ist ja auch ein Ding. Da ist noch hier nochmal ganz rum, ne? Ich lauf dir hinterher. Zwergen im Anomal-Wutolu. Zwergen im Anomal-Wutolu. Da ist noch ein Problem, aber das könnte eine Anomalie sein. Um sicher zu gehen, brauchen wir weitere Proben. Oh Gott, war das nicht irgendwie, oh Gott, diese Leerlinie hier? Oh, oh my goodness, zu viel, zu viel abgesprungen, warte mal, oder ist er nicht hier? Da ist er, genau. Das war aber Glück. Okay. Okay, interagieren. Zack, zack, zack. Wunderbar. Maschinen in der Flamme, beschlossen. Nur eine weitere Bestätigung, wie großartig ich bin. Belohnungspfade, irgendwie auch noch freigeschaltet. Ah, Friedrich, du bist auch da.